Guten Morgen! Heute werde ich meine erste lange Fahrt mit dem Auto machen. Das sind insgesamt im Laufe von anderthalb Wochen 2000 Kilometer. Heute die erste Fahrt mit 600 Kilometer. Ich nehme euch mit. Und ja, es geht einfach nur darum, dass kein Vlog oder sonst was hält das Auto durch. Gibt es Probleme? Ich bin total gespannt. Das ist der erste große Härtetest des Autos. Ich habe hier für ein Auto mal am Stück 300 Kilometer gefahren und ich habe rausbekommen, dass wenn ich in den Leerlauf schalte und dann direkt in den fünften Gang reinschalten möchte, dass dann das Getriebe kaum reingeht, dass ich richtig reinwürschen muss, dass es immer so krrrrr und reinmacht. Wenn ich hingegen leerlaufe und bin bei 100 kmh und schalte oder muss nicht mal den vierten schalten, aber tue so den vierten antäuschen, da tut sich das Getriebe wahrscheinlich schon so zurechtlegen und tue dann nicht den vierten, sondern überraschenderweise den fünften gehen, dann geht das ganz problemlos. Ja, das so mal als Erfahrung vom Auto. Ich weiß der eine von euch, was das bedeutet. Natürlich Getriebe ist nicht toll und ist irgendwie kaputt, aber damit kann ich sehr gut leben. Nicht leben könnte ich damit, dass ich nie in den Leerlauf schalten müsste, weil es ist halt so absurd, wenn man so ganz lange eine Strecke auf der Autobahn fährt, die nach unten geht, dass wenn man da den Gang drin lässt, dann ist es wie so eine Motorbremse. Dann bist du nicht so schnell und der Motor bremst. Das ist unnötig. Und deswegen ist es mir relativ wichtig, oft im Leerlauf zu fahren. Das passiert auch in der Stadt, dass ich da im Leerlauf fahre. Ich habe jetzt die ersten Daten quasi ausgerechnet, was ich verbrauche. Also ich bin im Stadt-Land-Verkehr, bin ich kombiniert, wird da eigentlich angegeben, mit glaube ich 6 oder 7 Litern, bin ich bei 4,4 Liter. Und ja, das ist halt super. Aber jetzt auf der Autobahn, wo man eigentlich nicht so viel braucht, bin ich bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 110. Aufgrund der Tatsache, dass ich eben den Leerlauf am Anfang nicht so nutzen konnte, bin ich bei ungefähr 7 Litern. So und jetzt bin ich auf der Autobahn 80 bis 90 gefahren, mit Leerlauf, mit dem 4 und 5 machen und jetzt müssen erstmal neue Daten reinkommen, weil da zeigt mir ja nicht an, was ich verbrauche, sondern ich muss das anhand dessen errechnen, dass ich dann den Tankrüssel reinhalte und die Liter und schaue, wie viele Kilometer ich gefahren bin. Und ja, das mal als kleines Update, meine ersten Eindrücke sozusagen von der ersten längeren Reise mit dem Auto und auch so ein bisschen den Belastungstest. Wir sind heute noch 300 Kilometer zu fahren, wir fahren heute nach Holland und von Leipzig sind halt ungefähr 600 Kilometer. Mal schauen, wie es dann ausschaut. You are going to San Francisco. Wir sind in San Francisco, das Auto hat 40.000 Kilometer. Nein, egal. Auf jeden Fall, ja, das ist jetzt die Rheinbrücke in Emmerich. Die sieht echt ziemlich geil aus, muss ich sagen. Also, naja, ich weiß zwar nicht, wie San Francisco aussieht, die Golden Gate Bridge, aber, also ich glaube, die Rheinbrücke, die macht bestimmt mehr her. Die ist vor allem lang. Naja, ich melde mich gleich, wir sind gleich an unserer Destination da, in unserem Ziel. Und, ja, dann gibt es ein Resümee von der ersten Autobahn. Ja, ich bin angekommen hier, ja, an der holländischen Grenze bei den Eltern von Cecile. Und, ja, das Auto hat's gepackt. Das Auto hat alles schadlos überstanden. Das Getriebe ist das einzige, was echt so ein bisschen problematisch ist. Vielleicht kann da einer von euch Input geben. Und ansonsten muss ich sagen, Verbrauch halt, ja, insgesamt habe ich jetzt knapp unter 6 Liter verbraucht. Also in der gesamten Fahrt, weil ich dann halt eben wieder zurückswitchen konnte, von dem 7 Liter Verbrauch zu dem etwas weniger Verbrauch. Und insgesamt sind das eben jetzt, ja, ungefähr 6 Liter. Ich kann es leider nicht mehr genau berechnen, weil ich beim Tanken vergessen habe, genau geguckt, zu schauen, was ich gezahlt habe. Aber, ja, letztlich darum geht es erst mal jetzt primär nicht, sondern das Auto hat durchgehalten. 600 Kilometer sind wir jetzt gefahren. 600 Kilometer und, ja, ich bin einfach glücklich, zufrieden. Auch die Fliegengitter an der Seite haben gehalten. Und, ja, das Einzige, was immer so ambisant ist, dass die LKW-Fahrer, die ja normalerweise immer diejenigen sind, die irgendwo den Verkehr aufhalten, dass die, ja, endlich mal so richtig vom Leder lassen können, wenn jemand da mit 80, 90 auf der Autobahn fährt, in aller Ruhe in seinem Hippie-Mobil, und, ja, und der hat dann ihren Verkehr behindert. Und dann tupen die und hupen die und, ja, aber ich versuche das einfach mit Liebe und mit Respekt einfach anzunehmen. Lächeln erinnern mich und denke, oh, die haben vielleicht gerade einen stressigen Tag und eben, die können das auch mal kompensieren, dass sie ja eigentlich immer so diejenigen sind, die alles blockieren auf dem Autobahn und über die sich beschwert wird. Und nun können sie mal runter treten. Und das machen ja die Menschen, ja, liebend gern. Wenn sie von oben getreten werden, anstatt sich damit zu beschäftigen und versuchen, transzendent zu werden und den Tritt quasi durch sich durchzulassen, treten sie einfach nach unten und kompensieren das. Und das ist an so vielen Fronten in unserer Gesellschaft zu erkennen. Ja, fängt schon bei YouTube an und endet irgendwo im Berufsleben und im Beziehungsalltag. Ja, ich bin froh, dass ich mittlerweile da nicht mehr treten muss, sondern auch gerne getreten werde und das als Herausforderung sehe, als, ja, als mein Meister, als meine Meisterin, die da tritt. Und, ja, bin einfach zufrieden, glücklich mit dem Getriebe. Wie gesagt, eure Kommentare, ich bin gespannt, ob einer von euch was weiß, warum das dann so ist, dass man dann, wenn man es im Leerlauf in den höchsten Gang macht, dass das immer so ratscht und kaum reingeht. Und ich bin angekommen, kurz und schmerzlos, meine erste Fahrt. Ich wollte euch nur berichten, wie es gelaufen ist. Innerhalb von der nächsten Woche werde ich jetzt insgesamt 2000 Kilometer fahren und bin jetzt bei Ceciles Eltern, werde mal nach Holland gehen, werde dann zum Rohkostcamp zum Dennis fahren. Danach werde ich noch eine Woche zum Rainbow fahren. Das ist Richtung Ostsee, polnische Grenze, also wieder schräg diagonal durch Deutschland und dann geht es wieder zurück, ja, nach Leipzig und da ist wieder das Rohkostpotluck am 9. Juni, aber das wird wahrscheinlich das Video erst danach kommen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich liebe euch, macht's gut! Tim Morgan!